Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden zeigen von heute an in einer Sonderausstellung Schätze des Kreml. In den Paraderäumen des Residenzschlosses können fast 140 Meisterwerke bewundert werden. Meist handelt es sich um Geschenke, die ausländische Gesandte den russischen Zaren übergaben. Darunter arbeiten persischer und türkischer Waffenschmiede, Prunkgewänder und allerlei silberne und goldene Kostbarkeiten. Die Ausstellung umfasst die Zeit der Herrschaft von Ivan dem Schrecklichen bis zu Peter dem Großen.